Das ist Frank. Frank braucht für das Spiel am Samstag einen neuen Fernseher. Am bequemsten geht das per Bestellung im Internet. Aber gleich den vollen Preis bar bezahlen? Frank möchte das Gerät lieber finanzieren. Dank planbarer monatlicher Raten passt sogar noch ein neuer Blu-ray-Player ins Budget. Frank wählt einfach als Zahlungsart Finanzierung. Er trägt seine Daten in das kurze Online-Formular ein und seine Finanzierung wird sofort bewilligt. Die Finanzierung läuft über ein Einkaufskonto mit individuellem Kreditrahmen, das er mit der Consors Finanz Mastercard nutzen kann. Frank braucht sich nur noch per Online-Ident zu identifizieren und mit einer MTAN zu unterschreiben, die er per SMS bekommt. Nach wenigen Minuten ist der Vertrag rechtskräftig unterschrieben, ganz ohne Papierausdrucke und ohne zur Post gehen zu müssen. Eine Kopie vom Vertrag erhält Frank per E-Mail. Und Franks Bestellung ist schon unterwegs. Rechtzeitig für das Spiel am Samstag. Frank hätte noch gern passend zum Fernseher eine neue Soundbar. Kein Problem, dank der Consors Finanz Mastercard. Er kann seinen Kreditrahmen ganz einfach für weitere Einkäufe nutzen. Seine Bestellung wird sofort losgeschickt.